Jaaa... Eine sehr schöne Rollstrandtanz. Danke. Auch wenn wir keine Fäuste haben. Das sagst du? Ja. Willst du meine Fäuste kennenlernen? Haha, wir schwarzen Pflanzen. Ich bin ja schon drin. Sollte man sich Gedanken machen, dass wir eine schwarze Pflanze noch mal zu tun? Nein. Obwohl wir einen jetzt getan haben. Ich würde gerne aufladen, damit ich mal die... Ich hab schon voll aufladen. Sehr schön. Er ist dabei. Er ist dabei. Er ist dabei. Er ist dabei. Wow. Das hat... Ich glaube, er hat sowas gar nicht gebracht. Die sind alle nur dreimal gebraucht. Sehr schön. Oh, und? Eure Fallen? Noch mehr Pflanzenmänner? Ja. Oh, die schwulen Faradels sind ja schlafen. Willst du mit mir auf den Schmerz? Green Bay gehen? Ich glaube ich auch nicht. Ist das Sommerfest nochmal? Welches? Weil wir immer so viele waren. Dass abgeschafft wurde, weil es war so ein bisschen hochgegangen. Lockeray. Genau. Wie viele Menschen waren auf der letzten Lockeray? Nein, Leonel bringt... Zero bringt sie jetzt nicht. Ich hab nichts gesagt. Zwei Millionen von der Gletschte. Hahahaha. Okay. Mir war ja lustiger, als die alle totgestammelt wurden. Ich weiß, wie das ich kriege. Aber es ist nun mal so. Mein Vater hat darüber gelacht, als sie ihn sehen. Ich hoffe, den Geister weiter habe ich nur in der Gesicht. Die wird gegen den Boden geknallt und war weg. Na klar. Das kann ich am Schulbau. Nichts. Genau das ist es ja. Ja. Mehr als andere. Und weniger als die meisten. Hahahaha. Ja. Wisch! Alter, hier haben wir doch. Das ist jetzt die Explosionscode. Ja. Das ist, wenn du in der Luft gespielt, der Tod macht. Mach mal. Ah ja. Hört ja auch gar nicht auf. Das war der Explosionscode. Voll ganz gut. Wenn die Meta da nahe kommen, macht der Angriff. Ja. Mach mal. Oh, der tut einem ja fast schon leid. Aber nur fast. Naja. Obwohl. Der kann einem leid tun. Material. Warum kann der eigentlich nicht die Schuhe fallen lassen schneller? Weil es ja im Schuh ist. Er kann das halt nicht. Das kann aber keiner. Ja, die anderen müssen doch nicht werden. Der Schuhwert ist nötig. Da, mach den Schein kaputt. Auf und zu hinterher. Es macht den Schein kaputt. Das ist ja ein Ziel. Er kann es halt nicht besser. Nicht immer auf Erführung. Und dann ist der Hut aus dem Keller. Was? Wohin eigentlich jetzt? Da ist noch was niederendes. Noch ein paar Materialien. Ja. Da kommen wir jetzt doch gerade her, aber wohl schon. Nein, ich meine da links war doch noch was. Irgendwo. Das ist außerhalb der Grenze. Da. Unter diesem Stein. Ist ja okay, das kannst du nicht besser. Ja. Ja, das hat tausend Versuchen. Wo könnt ihr denn nun besser angeguckt und der wäre ja explodiert? Also die haben schon nicht verstanden. Auf zu den Bergen. Es gibt wohl nichts anderes mehr. Sieht so aus. Zurück in die Berge. Wir gehen heil, liebe Suchen. Man hat sie nicht in den Alpen gewohnt? Das sind auch Berge. Aber das sind die Alpen. Oh, jetzt kommt hier noch einer. Das ist noch 6 Minuten 50 Sekunden. Für die Grautypen. Ich weiß ja nicht wie vielen das kommt. Ich denke nicht so viel. Ja, das ist nicht so viel. Ich denke mal. Gut schon. Wir haben zu, wo wir im Original aufrollen lassen wollen. Das möchte ich nur mal erwähnen. Ja, warum gehen wir? Wir sind grauen. Ich hab alles. Ich hab alles stehen bekommen. Keiner mehr da? Doch, hm. Doch, doch. Der ist nur mit einem Kackenschlag getötet. Auf dem du Vegeta alles gemacht hast. Das ist das Ergebnis meines Trainings und ich beende das hier. Genau. Aha. Cool. Ob das besser ist als das mein Papa in Ruhe? Bestimmt. Dann lass ihn auch in Ruhe. Nein. Nicht bevor der hier ist. Anpassen. Ausrüstung. Wer kommt noch? Ich brauche mir. So. Was macht der? Der steigt stark. Der da macht Grundangriffe runter und macht Gesundheit hoch. Und Kierkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelt. Der da macht Kierkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühelkühel Nein, das läuft ja richtig. Können wir eigentlich eine Teamregistrierung nutzen? Wie viel? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Teamregistrierung. Da ich wieder eine Teamregistrierung. Achso, müsste online sein. Online-Quest. Bitte wählen. Da haben wir noch eine Saijin-Angruppe. Das ist, glaube ich, die erste auf Stufe 2, oder? Ob man zurückgeht, weil hier steht okay. Ja. Dann viel Spaß. Jetzt aber los, viel Glück! Oioi, Kapitän! Ich, nee, aber ich... Oh, ich kann ihn nutzen. Und natürlich... Wer hat es gedacht? Und natürlich... Nehmen wir Piccolo. Alter, Alter, Alter! Verdammt. Warum? Er hat einen anderen Anzug an. Ich wollte den ohne Schleier machen. Und BH. Ohne BH. Piccolo ohne BH. Du kannst doch nicht Piccolo ohne BH nehmen. Kann ich ihn auch ohne BH nehmen. Ja, so sage ich mal lieber. Das läuft ja auch besser so. Ja. Halt, wo ist der Nächste? Hallo. Hallo. Ah. Immer zuerst auf die Schwäche. Hier. Du kannst dich warten, Piccolo. Ja, du wirst die schien. Du wirst die schien. Da ist schon mal einfach. Du sollst die zu zwei sein, das ist ein lacher. Ich weiß nicht, ob man das kommt. Obst ja nicht. Aber ein Tor. Da sind das Vegeta und das Tor. Wie macht man das nochmal? Den, den, den Sparta-Arten. Ja. Es geht bei deinem sogar besser als bei meinem. Weil du kein, ich hab ja so'n Rumi-Steuer-Kreuz, weil ich benutze ja den klassischen Xbox-Controller für den Computer, und Zero benutzt einen... Anderen. FPS-Pro-Controller. Der hat zwar oft wie das E-Pro-Kreuz aussieht, aber zumindest einen eckige Star-Controller und seine Sticks-Leuchten. Ich bin halt ein Profi. So, da ist was. Das ist nix mehr. In der Tat. Das ist ne Heldenmusik, bin ich der Hauptsatz-Kreuz. Natürlich, wir sind in der Stadt. Na, von Rosa und Torben-Dachmann. Und ich treffe sogar, obwohl ich ihn nicht fertig bin. Zieh mal einer an. Na ja. Der Windschutz hat mich zu vielen, wie geht er gar nicht. Wir wollen nicht, dass hier noch ein Super-Teilchen dabei sein. Na ja. Na ja. Na ja. Meinst du nicht, dass es ein bisschen verschwindet? Ein Plasma? Ja. Würdest du aufhören zu wollen, dass ich die ganze Stadt kaputt mache? Würdest du aufhören zu wollen, dass ich die ganze Stadt kaputt mache? Ja, der Windschutz hat mich zufrieden. Guck mal! Dich hab ich gemacht. Dich hab ich gemacht. Dich hab ich mich gemacht. Ja, das hat er. Dich hab ich mich gemacht. Dich hab ich mich gemacht. Hatsch. Ich hab bloß die Aufnahme, oder? Ja, das sind wir schon. Ja, klar. So, Nappa hat sich das schon vor, der neben, aber... Deine Ahnung! Nein, Nappa! Stört nicht! Du musst dich doch noch vorher umziehen! Was? Sehr gut. Verdammt! Diese Dobe! Egal, ich meine, die hell ist halt geschlossen. Es ist geil! Ich hab auch Klobanner, oder... Rail Rail! Monorail! Vielleicht der Monorail? Ein Schienenbohrn! Soll man sich nicht umdrehen? Nein, ich hab noch drei geküttet, aber... Ich hab noch Schmutz rein! Okay! Dammit! Selber! Was? Warum verdammt gesagt? Nimm egal! Blumen ist nicht schön! Warte! Gau dann! Was? Ach, die Kapsel vor! Was? Ach, scheiße! Stimmt! Vergessen! Mist! Komm her zurück! Wehen um! Alter! Was? Was? Der Monor soll's echt probieren! Ich weiß nicht! Daher lang! Was? Ich hab zu lang in der Platz, aber von der Komme ja... Also da lang! Vielleicht hauert! Oder der von... Nee, da vorne! Scheiße! Ich... Ich hab mal wieder... Wie lange kam noch nicht... Ach... Entschuldigung! Da steht jemand! Wir haben unser Team Kamerad... Nee, ich hab Schuh! Wir werden uns herausfordern! Ha? Ich mach euch Platz! Du kannst nichts! Das ist ne Lösche! Ja... Was? Aber immer doch! Was? Hab ich was verpasst? Machst du ihn nieder? Achso, der hat mich geheilt. Zieh mal einer an. Gut, ich glaub wir können. Piccolo. Wir sind unser Partner. Unser Partner schwebt hinter dir. Ja, Piccolo und Regier haben wir doch dabei. Achso, okay. Ich dachte, das wäre ein... Ich dachte so, okay, ich dachte, die würden beide hinter dir. Das war... Nee, das ist der Fall. Hast du da nicht los? Oder? Ich weiß nicht, das ist ein Katzenkraut. Ich weiß nicht. Mach mal Katzenkraut. Ja. Da. Ha, weg von raus. Stimmt. Und nichts wie weiter. Da, da, da. Das macht das aus. Wir gehen da. 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 Da. Wir gehen da. Ich hab' den Menschen geguckt. Ja, da ist er... Das ist auch ein... Das braucht das umgezogen. Ja, das ist nicht. Ich hab' gar keine Chance. Ne, der kommt euch weg. Der kommt nicht zur Ruhe. Der kommt nicht zur Ruhe. Der kommt zur Ruhe beitnehmen! Der warum, Piccolo hat ihn wegge provoc? Wie möglich! Was er auch ist. Ha! Du kannst doch 4-3! Du siehst aus wie groß dein Drang treibt! Ja, das ist richtig gut! Hey? Wo war er? Jetzt hast du deine ganze Energie verbraucht! Egal! Das ist doch jetzt deine Chance, Pico zu zeigen, gut zu sein an! Ja! Ganz gut! Okay, komm mal! Komm! Sehr gut! Oh, mach ein Gegner! Was ist das? Oh, zwei Gegner! Na toll! Na toll! Na toll und... Stimmt ja! Direkt hinter dir! Gerne! Oho! Oho! Oha! Nein, wie die Hälfte angeht! Ich weiß jetzt, ob die Stufe 2 ist! Nein! Na ja! Na ja! Ausbauwürdig! 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 Ich so... Ausbauwürdig! 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 Ja, dann muss er auch Münzen.